Hallo liebe Zuseher, da sind wir wieder. Hallo Welt! Ja, ich habe versprochen, dieses Mal machen wir sie fertig. Nicht die Zuseher oder die Welt, nein, die Leute, die uns das Leben hier so schwer machen. Und zwar diese, die uns noch gar nicht bemerkt haben im Moment. Ich kann frei wählen. Linkes Bein. Ha! Weg! Oh mein Gott. Schleichangriff. Ja, vielleicht sollte ich da auch hinausarbeiten. Das wäre immer nusch. Was haben die da? Flammenwerfer auch? Hm, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber der Kopf. Hätte ja klappen können. Man weiß es erst, wenn man es ausprobiert hat. Liebe Welt der Dreis. Jetzt sind sie in der Nähe her schon. Er ist voll in seinem Element. Wunderbar. Ich noch nicht. Ich habe festgestellt, dass dieser Überlebensmodus, verdammt, Überlebensmodus ist. Hier, ins Bein, ins Bein. Hm. Die rennen aber immer noch da rum. Oh Mann. Und wieder. Ins Bein, ins Bein. Den nicht. Den da. Ihm ins linke Bein. Jawohl. Er trifft mich nicht. Und abspeichern. Ja, soll das so weitergehen? Soll das so weitergehen wie in Max Payne 3? Man rennt einfach rein und stirbt andauernd. Ich weiß es nicht. Okay. Und bei... Nein, 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 nein. Ich... der... 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 ja... und... ...dran... und dran anschleichen. Los, näher ran. Näher ran. Der trifft mich. Ich treffe ihn nicht. Weg hier. Wow. Mann. Hatte ich die falsche Waffe? Mit dem Baseballschläger kann ich ihn nicht treffen. Ich brauche schon wieder eklige Nahrung. Hm, Hilfsmittel. Ja, sind das erst die ersten, die ich jetzt erledigen muss. Der Rest kommt noch. Hier, den Mauerwurfsrattenhappen. Den ziehe ich mir rein. Und schmutziges Wasser. Naja, was soll's. Nochmal. Und irgendwas... Was hab ich denn sonst noch? Hm, nicht zubereitetes... Diese Beeren vielleicht. Das ist aber nicht viel, was du bringen. Naja, das aufbereitete Wasser soll's dann bringen. Zwei sind aber nur noch da. Oder wie sehe ich das? Ich speichere mal, vorsichtshalber. Und das Bein. Das war knapp. Ich hoffe, ich kann jetzt hier warten. Ich geh mal lieber in Sicherheit. Ich warte lieber, bis ich so ein bisschen jetzt mehr Energie habe. Da hinten streuen zu rum. Drei sind es immer noch. Naja, in der Zeit könnten die sich ja auch locker irgendwelche Reparaturen zufügen. Stimpacks oder sowas nehmen. Einen Arzt aufsuchen oder wie auch immer. Sollte schnell handeln. Da ist einer, aber ich erwische ihn nicht. Ja, du gehst da einfach so durch, oder? Hm? Ja. Kein Bein in Sicht. Verdammt. Diesmal war es eine schlechte Wahl. Diesmal war die Wahl nicht so gut. Aha. Kurzwerft verrät mich schon wieder. Ich will mich doch anschleichen. Anpirschen. Stück für Stück. Mal etwas näher. Wir sind schon ganz nah. Scheiße, was ist denn? Ja, jetzt kriege ich... Oh. Das ist aber scheiße. Komm rum. Komm um die Ecke. Hier drüben. Oh, oh. Alle drei daneben. Ach, Mann. So macht das mir keinen Spaß. Das macht mir keinen Spaß so. Das nervt eigentlich nur noch. Kann ich da durch und dann da hinten irgendwo... Ah, ich guck mal. Aha. Aha. Boah. Ach. Jetzt echt. Hier auch nicht? Ne, hier auch nicht. Das ist der einzige Weg rein. Das ist der einzige Weg zu meinem einzigen Zahnrad im ganzen Spiel. Da liegt mein Kotzwerf. Da, aber ich kriege ihn. Boah, verdammt die Maus, ey. Das ist so ätzend. Ich werde... Ich muss erst mal die Maus umstecken. Ja, jetzt ist... Ja, jetzt ist doch klar, dass er weg ist. Och. Du gehst gar nicht in Deckung, oder? Du brauchst das nicht. Nein, egal. Du stehst einfach da hinterm Auto. Keiner sieht nicht. Na ja, aber du gehst sie gut ab. Hallo. Ich bin hier in Deckung. Wenn du schießen willst, dann musst du hier rüber schießen. Anders geht's nicht. Sonst ist das Spiel gecheatet. Nein. Jetzt bin ich ja... Jetzt kann ich ja gar nicht mehr anders. Wow, 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 wow. Och, ja klar, ja klar. Ey, nicht ey, das ist ätzend. Ich will nicht sterben, immer wieder. So. Leuchtpistole. Granate. Ab dafür. So, jetzt seid ihr aber tot, oder? Ja. Ich hab sie erwischt. Ich hab sie erwischt. Sie sind tot. Juhu. Oh, nein. Sie leben noch. Sie leben noch. Sie leben noch. Hier hinter. Eine Granate. Zu sehr. Wisst ihr, was eine Granate anrichten kann? Also, ich weiß es nicht, aber mit Sicherheit mehr als das. Verdammt. Ins Bein. Ach. Der ist ja schon wieder... Das bringt ja gar nichts. Und ins Bein. Ja, ja, ich wurde schon wieder tausendmal getroffen. Während ich nur ein einziges Bein getroffen habe. Nee, nee, wenn das so weitergeht, muss ich das wieder zurückschalten. Das geht ja nicht. Wie gesagt, ich möchte Spaß dabei haben. Das hatte ich mal. Früher hat es Spaß gemacht. Oh Gott. Worauf schießt er? Ich bin hier in Deckung. Nicht so frech. Ich treff dich. Trotzdem. Am linken Arm. Oh Mann. Das ist selbst mir zu langweilig. Also, muss ich das umstellen beim nächsten Mal? Das geht ja gar nicht. Oder? Oh nein. Falsche Taste. Hier, du. In den Kopf rein. Da, peng. Zwei. Es sind doch nur noch zwei. Habe ich denn keine bessere Waffe? Doch, habe ich. 36 Schuss dafür. Ja, wunderbar. Und das erst jetzt? Ich höre nichts. Ich höre einfach nicht zu. Ich wurde aber auch getroffen. Und es bringt auch nicht so viel, wie ich dachte. Mal ein bisschen. Jetzt aber. Na, das tat weh. Das hat man richtig gehört. Au. Und ich zur Seite. Und ich zur Seite. Abspeichern. Ich habe ja endlich die neue Waffe jetzt. Die neue Waffe. Als ob ich die neue Waffe hätte. Nein, hier eher. Er hat doch fast kein Bein mehr. Das ist mal interessant jetzt. Das ist mal interessant jetzt. Das sind wieder drei. Vermehern die sich andauernd. Vielleicht, wenn ich den Boss erledige. Dann hauen die anderen alle ab. Vielleicht. Oh nein. Hier aufs Bein. Und ich brauche wieder Energie. Ich muss wieder ekliges Fleisch essen. Oh, mamma mia. Mischlingshundfleisch. Acht. Radioaktivität. Köterkeule habe ich noch eine. Dann nenne ich die mal. Und weil ich so viel davon habe, esse ich auch ein bisschen Maulwurfsrattefleisch. Oh. Wer wollte das nicht? Schon mal ausprobieren. Oh. Und fertig. Absprechen. Jetzt aber. Bein ab. Das kann doch gar nicht sein. Öh. Weg hier. Aha. 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 Ihr zwingt mich also dazu zu warten. Er geht nicht. Dann mache ich es schnell. Der sagt das so. Ob der das auch so meint? Ich bin nicht ganz sicher. Ich hoffe nur, dass keiner entgegengebrannt kommt. Oh, Mann. Komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ich weiß nicht, ob dein Bein deiner Meinung ist. Da rennt einer. Ach, die haben schon wieder so einen Todkopf dahinter. Deswegen sind die so schwer wahrscheinlich. Ich suche mir nur die schwersten Gegner aus vielleicht. Können das sein? Oder liegt das einfach am Überlebensmodus? Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Ich komme wieder. Alles ruhig. Du hast ihn getötet. Ha! Ich habe einen getötet. Ja, die Waffe ist gut. Ich habe zwei getötet. Oh, nein. Falscher Knopf. Wie? Ich habe zwei getötet. Halt, 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 halt. Lauf nicht so schnell. Und abspeichern. Ich habe es geschafft. Die Raider Blut ist ausgelöscht. Ich nehme mir 45er Patronen mit und 38er und ich nehme mir einen Molotow-Cocktail und einen Schlagring mit. Das habe ich verdient. Ich habe auch verdient. Noch weiter eine, nein, das nehme ich alles nicht mit. Leder-Kombi, nein. Kapuzzo mit Schläuchen. Hatte ich die schon? Egal. Ich lasse sie da. Ups. Und ich nehme jetzt von den anderen noch mit, was ich nehmen kann. Nämlich 45er Patronen und 10mm Patronen und 38er Patronen und Impro Revolver Pistole Plus lasse ich da. Aber 10mm, naja, das Automatikpistole lasse ich auch da. Ich mache die dann immer nur Scheiß dabei. Und Kronkrocken 11 nehme ich mit und 308er Patronen. Deswegen war ich in meinem Eimer gerade. Kurzes Jagdgewehr nehme ich auch mit und den Schlagring lasse ich da. Peng. Nach Wunschung wieder. So. Dann schauen wir uns mal an, was die uns für schöne Schätze hinterlassen haben hier in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Nachsehen. Zusehen. Zuschauen. Zuseher. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und Tschüss.